Hallo Leute und herzlich willkommen Alter, was labert der? Zufassmophobia mit Eatsgummy und Seriet Kid Kannst du mir bitte Tim sagen? Tim, okay, ich sage Tim Tim ist Seriet Kid Du bist einfach Tim Okay, wir müssen einen Raum unter 10 Grad Celsius finden Und wir haben einen Crucifix, das ist sehr gut Und wir müssen ein Foto machen Okay, er reagiert auf Kunden, das ist auch sehr geil Und der Name ist Donna Tyler Donna Tyler Okay, let's go Den Schlüssel hat dann jemand genommen? Okay Ich mach glaube ich direkt mit meinem Rauschgerät Machen wir erstmal Licht oder was? Ja Ja Äh, ich muss keine Angst haben, oder weil ich ein Crucifix habe Ein Crucifix, du hast es Crucifix, ja das sollte eigentlich nichts passieren Auf was er reagiert, ja Auf Gruppen Okay Aber auch auf Alleinstehende, oder was? Ja, das machen sie immer Alleinstehende Okay, auf Singles Ja, aber Wo bist du? Jetzt kann ich an Ungehemmt rumlaufen, oder? Weil ich bin jetzt rum und ein Stock Okay Ja, jeder sucht mal so ein bisschen Vielleicht den Heavy-Supprent hier schon das Licht Alleinstehende, ich habe einen Knochen gefunden Äh, Tim, kannst du dir bitte fotografieren kommen? Äh, ja, gerade Wo bist du? Ich bin hier unten im Badezimmer, unten hinten Oh, mit dessen Teddy ist hier Ich will das nicht öffnen Ja, nee, schon mal nicht Ja, nein, also wie immer schon, Alter, die Tolle sieht die auch richtig Bleh Ekelhaft aus Das Wasser bei mir ist clean In dem Raum muss ein Ideen Keine Ahnung Toll Ah, das bist du Ja, warte, ich dich Ja, komm Ist gar nicht im Badezimmer Ja, ja, hier hinten ist ein Badezimmer Da liegt der Knochen Bitte einmal fotografieren Und dann kannst du ihn aufheben Wenn du lustest Okay, wie machst du dich, ähm Links oder rechts Ja, rechtsklick Ich glaube, rechtsklick Nice Gut, dann sammle ich den nochmal auf, so Euch hat gerade ein Megafall weg Alte Leute Wie ich auch, alter Oh, mein Gott, das gibt so schlechte Erinnerungen Ja, ja, ne Das erste Mal so richtig gestorben Oh, das war damals noch mit Hoshi Mit Hoshi Hoshi Oh, das wirst du, Alter Hä, seit wann ist die Tür hier offen? Was, fuck, die war letztes Mal nicht offen Ach so Ja, aber hä, letztes Mal war die verschlossen, als ich und Levin hier gespielt haben Ja, weil der Geist vielleicht da war Oh, okay, ja, das könnte sein Oh, mein Gott Okay, das was ist immer noch clean Ja, das was bleibt immer clean Clean und fresh Was sag ich mit Levin, irgendwie, sagt er so nichts Man, was machst du denn die ganze Zeit? Du willst uns pranken Wir lassen uns pranken Oh, mein Gott Was sagst du? Ich glaube, ich bin tot, Leute Wieso? Hört das Licht nicht aus? Ich war gerade auf, Kaut hat, es klingt bei mir das Licht aus Ich glaube, ich bin tot Nee, ich habe das Licht ausgemacht Nee, überall Ja, überall sieht das Licht aus Ey, Leute, wo seid ihr? Wir sind hier, bei dir Hallo Boah, den Abletilator, halt Ich dachte kurzzeitig, dass ich den Kopf und irgendwas Was zur Hölle Hast du schon Fingerabdrücke gefunden? Also dieses Rauschgerät triggert Ich halte jetzt das Buch in der Hand Vielleicht schreib dir ja was rein Ähm, weiß jemand, wo der Licht, äh, Dings ist? Er war doch hier hinten, oder nicht? Nee, hä? Ich glaube, der ist, äh, im Keller, gibt es ein Keller? Nee, es gibt keinen Keller Ja, dann gehen wir raufkommen Ach, stimmt, die erste Richtung Könntest du sagen? Ja, klar, ja, ja Geben wir kurz hoch Ja, ich bin schon Also, das ist ein Kruzifix, Alter Ja, da hinten Nee, ah, doch Was sind eigentlich das hier für Dinge? Das haben wir immer noch nicht herausgefunden Äh, sind das nicht, äh, Feuerwerks-Raketen? Echt? Sag mal Könntest du sagen? Was ist denn? One hour Talk Ah, nee, ist es, äh Das ist so Kleber, oder? So Abdichtungszeug heißt Transparent Color Oh mein Gott, das ist so Ja, das macht ja so kein Ja, das macht ja gar keinen Sinn Transparente Farbe What the fuck Ja doch, ist vielleicht Lack Ach so Ja, okay, ja Aber wieso steht dann Color? Macht ja auch keinen Sinn Naja Ja Interesting auf jeden Fall Ey, Mann Was soll das denn? Och, Leute Hier irgendwas Ich frage ihn mal Ähm Gib uns ein Zeichen Warte, vielleicht sollte ich noch das Kruz-Fick wechseln Ach so, ja Warte, gib uns ein Zeichen Ja, nee, keine Ahnung Das ist ja jetzt nicht so geil Dass, äh, Levin so ein bisschen afk ist Die Kunstzeit Dann wissen wir nicht, ob er irgendwo Fingerabdrücke findet Ja, was macht er denn da? Der steht nur da rum Oh, shit Ah, cool Jetzt können wir hier hoch Leg das Buch mal hier hin Vielleicht schreibt ihr irgendwas rein So Es könnte sein, dass er die ganze Zeit wirklich da oben Ist Gib uns ein Zeichen Ja, es könnte eigentlich schon sein, dass er darum einfach chillt, alter Ist einer bei Alles 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 war die Treppe Hä, wieso geht das Licht nicht? Ah, doch Licht geht hier Was labasch du? Ja, sorry Sorry, so hat es also nicht so aus Haben wir das auch an Worte, Alter, das ist ja übelst Kein Raum mitunter Zehn Krag, oder? Nee, da, also ich Haben bis jetzt noch nichts gefunden Was Dinge Wieso liegt hier eine Axt neben dem Bett? Was ist die Hölle? Wieso? Guck mal Hier ist einfach so scheiß Axt auf dem Nachtisch, Alter Meine kann man machen, aber Ja Oh, was ist das? Ja, was ist das? Ah, das ist Radio Das ist echt creepy Wirklich so Aber was ist denn jetzt Ah, endlich Hallo, Levin Er rennt einfach verwirrt herum Hallo? Irgendwas Ich glaube, er ist verwirrt Oh, da ist ein Schlüssel Ja, was ist dieser Schlüssel, hä? Hat sie irgendwo eine Tür, die wir nicht gesehen haben? Und das Buch mal wieder mit Äh, Levin, kannst du... Wow Hast du das gehört? Was war das? Ja Ja, das ist das Telefon Aber wozu Hölle ist ein Telefon? Wow, ach, Digga, macht das halt Holy shit, Alter Wozu Hölle ist denn ein Telefon? Das war doch ein Telefon, dann nenn ich Ja, kannst du bitte in den Estrik gehen schnell Und, äh, dort schauen beim Kasten Ob dort Fingerabdrücke sind Beim elektrischen Kasten Also erhöht uns aber, keine Ahnung Er hat sich sicher gestummt Ja, stimmt, warte mal Guck kurz Ja, also bei mir ist er nicht Okay, hä? Dann geh kurz raus aus dem Chat und komm wieder raus Vielleicht hat er einfach sein Ah lol Okay Ach, aber warum sprichst du denn nicht? Angläufig, hier ist er das Telefon Oh mein Gott, lol Warte mal, ich... Och, Digga, bist einfach da ran vorbeigerannt Warte mal, ich mach mal das Buch hier hin Das heißt doch, er ist vielleicht hier Weil er gerade das Telefon Wow Hast du das gesehen? Mit dem Buch los Soll ich vielleicht mal das Kultifix weglegen? Ja, wäre vielleicht Also vielleicht ganz smart Die, ähm Gib uns ein Zeichen Wahrscheinlich irgendwie nicht zu antworten Wer von uns hat denn den AirMath Reader? Was machst du die ganze Zeit eigentlich? Ja, ich hab gerade Ein Problem, ich kann es dir danach sagen Okay Kannst du, äh, kannst, findest du irgendwo in den AirMath Reader? Das ist die, überall normal, es muss erst eine Geisteraktivität sein, dann steigt der Okay Ja, ich sehe, dann warten wir noch Vielleicht ist er auch unten Vielleicht ist er gar nicht hier oben Ja Gehen wir mal runter Über das Buch mal mit Vielleicht schreibt er was rein Okay, gehen wir mal runter So Was Ah, das warst du Äh, wie, du seid hier draußen, hallo Ja, Yannick, geh mal rein Danke Oh Mann, Leute, wieso hab ich Wieso hab ich Aber die Geisteraktivität war Bis jetzt Auf Hier Okay Ja, aber der ist jetzt safe hier unten Kann man Oh Gott Könnt ihr mal bitte wieder reinkommen? Ich hab Angst Der Geist reagiert auf Gruppen, Leute Oh, das geht Nein Fuck, die Tür ist zu Was? Hä, ich stand doch draußen Och, nee, Digga Guck auf die Kamera Guck auf die Kamera Ja, ihr müsst auf die Kamera gucken Tim Ich versuche, reinzugehen Oh, hallo, das ist dein Arm Oh, bitte aufhören Bitte aufhören Hallo? Geh mal rauf 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 Soll ich rauf gehen? Sicher? Ja, geh mal rauf Ich weiß nicht, ob das schlau ist Oh, Herz klopfen Okay, okay Tschüss auf Hilfe Oh mein Gott Oh mein Gott Tim, kannst du noch mal gucken Kannst du bitte reinkommen, Alter Scheiße, Mann Mich hat's einfach reingewagt Obwohl ich draußen stand Ja, dann komm rein Okay, komm, gehen wir rein Let's go Jetzt du dich Kannst du gucken, ob er Gruppen reagiert, Tim? Ja, er reagiert auf Gruppen Ja, Gruppen halt auch auf jemanden, der allein ist, zu antworten Aber Einem ja dann reagiert er auf jeden Fall Haben wir schon einen Beweis oder irgendwas? Äh, nach mir noch nicht Können wir kurz das Licht wieder anmachen, bitte? Kommst du mit? Wo bist du? Ah, hallo Ah, ich digga Mann, das Spiel, all das ist, ach Ich hoffe, nie, er ist sowas von nicht, dass er hier oben chillt, Alter Irrer Horror Wie durft ihr ihn hier mal klar? Das ist scheiß Telefon, digga Klingelt es schon wieder? Hä? Auf dem Lichtflagg an dem ganzen Haus, irgendwie Nee, bei uns nicht Nee Bei mir war grad Extrem Echt? Hä? Wo war das Telefon schon wieder? Dann ist er Hier Oh ja, oh ja Scheiße, ich muss Überlebten noch ein bisschen Wir gehen ins Badezimmer Wir gehen ins Badezimmer Die Tür zu Die Tür ist der Aktivität auf 10 Ja, hier, hier, hier Immer noch, immer noch, immer noch, immer noch Ich knall das Buch hier hin Und jetzt rede ich Hallo? Kannst du mich hören? Kannst du mich hören? Gib uns ein Zeichen Schau gegen die Tür mal Ja, ich schau doch gegen die Tür Honey So Oder welche Tür mal Hä? Irgendwie Switch Die ganze Die ganze Zeit Die bei uns ein Zeichen Hallo, das geht hier gar nicht mehr Das geht hier gar nicht mehr so ab Komm, wir gehen nochmal runter Weil ich glaube, er ist unten Ich glaube, er ist unten Okay, Leute Ich Es ist halb acht, ne? Ich müsste Jetzt eigentlich Scheiße, man Also jetzt Ich müsste Eigentlich jetzt Eigentlich jetzt was? Essen gehen? Ja, was? Was habe ich Essen gehen? Ja Scheiße Ja, dropp mal deine Items Vielleicht Ich Und ich Einfach Alleine Was? Oh, Leute, okay Gibt's lange? Ähm Ja, ich denke so eine halbe Stunde Wahrscheinlich, ja Natürlich Dann machen wir das mal noch fertig, oder Tim? Okay Okay, ich gehe alleine rein, ist gut Ciao Ciao Okay Ciao Ich gucke noch mal so ein bisschen in jedem Raum wegen Fingerabdrücke Oh, nee, ich habe so Angst Ich finde ich gar keinen Bock Es ist halt immer so, weißt du, wenn ich anfange, ein Horrorspiel zu spielen, habe ich noch richtig Bock, so ein Nervenkitzel, oder? Und halt so im Spiel, wenn es effektiv darum geht, habe ich gesagt, oh Fingerabdrücke Oh, fuck, Lichtflackern Oh, fuck Da ist der Level auf 10 Hä, ich steck Oh, nee Oh, oh Tim, du musst jetzt ganz schnell kommen Ja Ganz schnell zur Tür kommen Oh, fuck, die ist ja zu bescheiden Oh, nee, bitte verfolgt mich jetzt nicht, was du auch immer bist Ähm Ja, aber solltest du Lieber schauen Äh, ja, stimmt Geh, auch stimmt Schau in die Kamera Bis die, bis die Lichter nicht mehr flacken Flackern Es kommt Öh, was ist das? Siehst du es? Hast du es gesehen? Ich habe es gesehen Jetzt habe ich nicht getötet Lol, nice Okay, ich hatte keinen EMF-Wert, also EMF können wir ausschließen Ich stand direkt vor dem Dings Also, warte mal Fingerabdrücke und Geister Warte mal Fingerabdrücke, also Ja Und Geister, äh, Orb, oder? Ja, genau Es kann nur Polterreiß sein Ja, easy, dann haben wir das Was muss es denn noch sein, um ein Poltergeist zu sein Wollen wir, wollen wir Gefriertemperaturen Kann ein Poltergeist Gefriertemperaturen Es könnte, es könnte nur noch die Geisterbox sein Okay, dann komm Geben wir mal beide rein Ich würde gerne auch mit ihm sprechen Aber bist du dir sicher, dass du Fingerabdrücke gesehen hast? Äh, ja, warte, du kannst Komm mal mit Ich zeig dir die mal Oh, lol, hey, hast du das gerade gesehen Das Licht hat einfach geflackert Ah, ja, eben Kommst du rein? Geisterbuch können wir ausliegen Oh Nein, bist du draußen? Oh, Digga, komm rein, bitte Ja, du hast das Kruzifix, komm Hast du das Licht ausgeschaltet? Nee, ich glaube, das ist einfach sonst ausgestiegen Ah, nee, geht noch Okay, weil du hier auch Licht Und hier auch Also nach mir hättest Ja, das habe ich mir noch nicht eingebildet Guck hier Irgendwas hat sich gerade gelockt Wo? Ja, da sind ein neues Fingerabdrücke Äh, bei mir hier im Badezimmer Ja, und hier ist auch baunes Wasser Fotografier das bitte mal Oh, shit Guck mal Was ist das? What the fuck? Oh, warte mal, ich muss mich Los weg, wer? Hallo, hallo Wer bist du? Weg, Jogel Ja, ja, rausgerufen Hallo Nein, Alter, wir sind die besten Geisterjäger, die es gibt, Alter Oh, shit Komm links Was links? Nee, komm doch, ihr alter Komm hier rein Ja, ich bin draußen Ich bin draußen Okay, gut, oh mein Gott Es ist irgendwie Gar nicht aggressiv gewesen Nee, aber, Digga, wie das da Zuerst saß das da Irgendwie beim Klo Ja, irgendwie Ja, oder? Ja, das saß so komisch irgendwie Ja, dann ist es bestanden Und dann hat es uns angeglotzt und dann hat es Angst bekommen, weil wir zu zweit waren Ich hatte nur noch drei Sanity Oh mein Gott Das war ja so knapp Ach, wir haben das mit dem Kruzifix Nicht gemacht Naja, egal, Alter Komm, wir haben den Geist-Typ Hast du das Wasser auch fotografiert? Noch ein schmutziges Wasser Geist, Geist Was sieht man die Fokus? Okay, ich habe Geist, schmutziges Wasser Und Knochen habe ich Ja, das reicht, Digga Das reicht Das einzige, was du vielleicht noch fotografieren Wollen wir noch mal rein Ja, komm, dann die Fingerabdrücke können wir noch fotografieren Ah, wirklich? Ja, ja, und dann das Kruzifix halt Das gibt, glaube ich, noch mehr Geld Wenn wir dann möglichst viele Beweise fotografieren Das gibt, glaube ich, am meisten Geld Bist du küsst, oder? Ah, ja, okay Aber ich glaube es nicht so aggressiv, ja Bist du? Mal hier So viel, dass ich weiß Ist, ja gar Alles Okay TÜLZ Fotografieren das betraut und fehlt das jetzt im schulner der fingerprinke woher woher wie die angezogen was so in äh so weiß mit irgendwie sachen drauf warte es ist es ist von der Ring ich bin tot ne alter ich muss los das war so ein Ding aus dem Ring oh mein Gott dass wir dieses Mädchen das aus dem Brunnen kommt schnell übertrieben ja ich bin draußen nicht stimmt alter bin ich gelassen alter wie das so auf dich tu kroch alter das ist doch egal aber wir bekommen die Versicherung stimmt ja ja das haben wir gut gemacht alter ok poltergeist auf jeden Fall wir haben halt wir haben so viele Beweise gefunden das ist ja unnormal poltergeist aber ja das Kruzifix ok warte mal vielleicht hätte das Kruzifix hätte das Dings gar nicht verscheuen können aber eigentlich hatte ich ich hatte es da ich hatte es vorne ich habe das Kruzifix ja eben ja wahrscheinlich reagiert dieser Geist gar nicht auf das Kruzifix das geht halt auch es gibt Geister die gar nicht darauf reagieren ok hast du Poltergeist angetragen äh ja ok let's go warte mal warte mal warte mal wie macht es runter hallo nein zu zu auf meine ich ja ok gut was ist es kann nur Geisterbox sein ok gut los geht's ach toll alter du hast genau 6 Uhr alter eine 12 Uhr dein identity war auf null joh alter lol was ich habe jetzt nicht viel Geld bekommen 10 Versicherung 30 der Geist war ein Spirit ein Spirit ne das kann gar nicht sein es war ja nur noch hä es war ja nur noch der Geist zur Verfügung hä warte mal äh also Fingerabdrücke hatten wir auf safe ja und was haben wir noch eingetragen Geisterorb aber das stimmt ja und Geisterbox und das konnte ja nur noch äh Geisterbox sein ich glaube das Spiel verarscht uns alter für die Fotos habe ich nur 20 bekommen willst du mich verarschen ich habe für die Fotos nur 10 bekommen glaube ich ja du hast einfach alle gemacht what ok interesting ok aber aber das Ding war schon creepy irgendwie alter es war aber auch irgendwie so in einem in so einem Nachthemd oder so weißt du da von früher diese Ganzkörperdings ja ja alter das war schlimm und auch dieser Kopf ich glaube die Monster wurden neu überarbeitet also die Monster die die Geister alter du bist einfach Kobe ok Leute das war es mit dieser Folge Phasmophobia schaut unbedingt bei Tim vorbei und natürlich auch noch bei Eat Scummy der leider jetzt ein bisschen früher los musste aber dafür nehmen wir gleich noch ein bisschen auf auf jeden Fall war es das mit dieser Folge Phasmophobia bis zum nächsten Mal und ciao 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 ciao